Jeder will ihn, doch nur die wenigsten kriegen ihn. Und sie ist nun eine der Glücklichen, die ab jetzt im stolzen Besitz eines kleinen Hakens ist. Ein Haken? Ja, richtig gehört. Endlich ist Schauspielerin Elena Ulich in die Reihe der ganz Großen aufgestiegen und hat es geschafft, mit Hollywood-Größen wie Leonardo DiCaprio, Lady Gaga oder Ex-Präsident Barack Obama gleichgestellt zu werden. Zumindest in der virtuellen Welt. Und das hat sie einem glitzekleinen Detail zu verdanken. Die Fotoplattform Instagram vergibt als Bestätigung der Echtheit Profilen von Prominenten, Influencern oder auch bekannten Unternehmen blaue Häkchen, so dass die Bekanntheit und Relevanz unter Beweis gestellt werden kann. Und genau diesen Haken hat die 44-Jährige nun verliehen bekommen und feiert dies mit einem Freudentänzchen auf Instagram. Dabei trägt sie ein ziemlich verrücktes Outfit, ein neonfarbenes Oberteil, rote Lippen und eine verwuschelte Frisur. Mehr braucht es nicht, um diesen Orden zu zelebrieren. Ob die während der Corona-Quarantäne aufgenommenen Videotagebücher zusammen mit ihrem Fritz Kahl zu dieser Auszeichnung beigetragen haben? Wir sagen herzlichen Glückwunsch zu diesem ganz verrückten Award!